Bestimmt haben Sie sich schon oft darüber Gedanken gemacht, was Ihnen im Leben wichtig ist. Wir lernen, verändern und entwickeln uns ständig weiter. Wir wollen mehr. Die Wirtschaftsregion Bergstraße bietet mehr. Mehr von allem. Die Wirtschaftsregion Bergstraße liegt inmitten der europäischen Metropolregionen Frankfurt-Rhein-Main und Rhein-Neckar in der Metropolposition. Eine Region der kurzen und schnellen Wege. Und das gibt Ihnen mehr Zeit. Mehr Zeit für Familie, mehr Freizeit. Die Wirtschaftsregion bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten in atemberaubender Landschaft. Genießen Sie das milde Klima an der Bergstraße, den sagenumwobenen Odenwald, das sonnenverwöhnte Ried und das romantische Neckartal. Hier leben bedeutet mehr Lebensfreude, mehr Kultur und mehr Genuss. Das ist ein sehr vieles, sehr vieles, sehr vieles, sehr vieles. Die Bergstraße liegt in einem der stärksten Wirtschaftsräume Europas. Erfolgsunternehmen aus der ganzen Welt starten hier richtig durch. Bei uns finden sie eine große Auswahl an attraktiven Jobs und den richtigen Standort für ihr Unternehmen. Die Wirtschaftsregion Bergstraße bietet mehr Möglichkeiten für ihr Wachstum. Universitäten und Hochschulen in direkter Nähe bieten exzellente Bedingungen für Wissenschaft und Forschung. Musik Wirtschaftsregion Bergstraße – mehr von allem.